hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge resident evil 7 hier wollte mal rein hier wissen was sind zwei viecher die hallo da kommt einer als alp sterben ist überbewertet oder was weg noch eine kugel das ist sehr gut was ist mit dir los traurig hallo alles ok wo ist es hin jetzt habe ich schnell wieder abgedampft fach ah alter ah ah mach auf scheiße hallo Alter. Ähm. Scheiße. Ich brauche Munition. Das war der Speicherraum. Ich brauche Munition. Der da? Ne. Da braucht man bestimmt wieder so Dietrich wie in anderen Spielen. Ja. Flinten Munition. Schießpulver. Ich habe keine Chemie. Hier ist Daddy rumgerannt. Papi. Ich komme später nach Hause. Ich muss noch spielen gehen. Warte mal. In dem Resident Evil was ich mal gespielt hatte, konnte ich dieses Scout einfach so nehmen. Siehste? Klappt. Ich muss irgendwie Munition sparen. Alter. Ganz schön hässlich bist du. Der wackelt so bescheuert hin und her. Ja. Ja. Fall noch auf mich. Oh, bist du ekelhaft, wa? Acht Kugeln habe ich wegen dir gebraucht. Uh. Acht Kugeln. Plus Minus Null. Es gibt immer noch schlechtere Schnitt, ne? Das machen wir. Das machen wir. Sehr gut. Daje giving nicht eben ein Geräusch. Alter. Alter. Ja. Ey, ich hab dich im Kopf getroffen. Warum ist diese blöde Tür auf einmal zu? Hast du mich veralbern? Oh nee. Die kannst du nicht weit kiten. Weißt du was? Tschüss. Das sieht doch schon wieder sehr gut hier drin aus. Bitte nicht. Ne. Wow. In die Werkstatt weiß ich nicht, wie ich reinkomme. Oh nein. Dietrich, Kraut, siehst du, mal die Euglern ein bisschen aufsperren und dann klappt das auch besser. Habe ich so ein Chemie scheiß Zeug? Ne, was? Ne. Muss es so reichen. Ja, ich weiß, dass mit dem Keller hier dauert jetzt alles ein bisschen länger als es sollte. Schlüsseldienst. Mach auf. Warte mal. Bitte schalten Sie Ihren PC nicht ab. Hatte ich nicht vor. Ich will noch in den Werkraum. Gibt es bestimmt coolen Scheiß. Ich probiere jetzt mal was. Da hinten in der Ecke. Das klappt natürlich nicht. Hallo. Oh fuck. Jetzt brauche ich einen Schlüssel für. Okay. Okay. Tschüss. 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 Passt nicht zu diesem Schloss. Okay. Oh! Oh! Ich habe mich gar nicht erschreckt. Kannst du mal aufhören, deinen Kopf zu schützen? Was bist du für ein Assi? Oh! Alter Verwalter! Die Maus passt weggeschmissen. Wie Assi ist das denn? Das war geil, ne? Das war gut. Hä? Was ist das? Was ist das? müsste was noch mal anders das war jetzt die kellerfeld folge ja und weil das so ist ist es eine etwas längere ich hoffe ihr hattet ein bisschen spaß ich habe auf jeden fall die hosen voll das war eben ein bisschen hart wenn ihr spaß hattet lasst doch ein like oder vielleicht sogar ein abo wir sehen uns in der nächsten folge bis dann